Match gefunden Also dass ich Eisen 1 bin war überhaupt kein Wunder, ja Überhaupt keine Überraschung, wir haben Wow Hey bros, pick someone please Hi Nice Okay Sind schon wieder irgendwo Ferien? Ich hab keine Ahnung Eigentlich denke ich nicht So, wieder die Verteidigerseite zu Beginn Ich muss noch die Dings wählen So Ich werde mal nicht so rein stürmen, sondern Das Übliche Vorsichtig Ich greffe glaube ich das Fenster an hier richtig Okay Das war ein schnelles Schneller Rappeller Ein schneller Call Meine Güte, so schnell kann ich doch gar nicht Spike platziert Spike platziert Schnapp sie dir Drei für mich Letzter lebender Spieler So sage Oh Gott, geht das Ding noch hoch? Knapp Nee Dafür habe ich trainiert Good boy Good job Vorbildlich Wieder mal Yeah, yeah, yeah Okay Ja, 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 hallo Ja, ja Jo, what's up What's up What's up Voll die Eisen-Elo und Naja, gut Solang ich sie höre ist mir der Rest ja egal Man muss ja auch etwas hören Vorsichtig Ich treffe nie der kohle der kam wieder schnell raus schießen ganz ehrlich spik platziert go short yeah just like that dude look different gleich ja naja gut immer wieder wie come on go window alles im auge behalten vorsichtig wenn auch kohlen ohne zu reden zum glück geht es hier wow ein gegner übrig let's erleben der spieler he's on b b b b b go b go dad afk report here report him fast dat's not fair afk spik platziert i hate these bitches leute muss man eigentlich mal so aggressiv werden er wird jetzt sterben yan damn brenn lichter low phoenix ja damit muss man aber auch leben das ist nicht so gut das ist nicht so gut bin ich gut in diesem Spiel? hey Doc, ich bin nicht mehr bin ich gut in diesem Spiel? bin ich gut in diesem Spiel? Mann, oh mein Gott was ich? Gegner entdeckt Gegner entdeckt Letzter lebender Spieler Für seine Waffe gar nicht, Lull Der schießt einfach mit nix Wauw Jaa Klappe zu, Affe tot Kapteck 4 Team us Krass wie er ohne Waffe in der Hand Einer schießen konnte Kappa So Wir sind Valorant Wir sind Kämpfer Du kannst sogar spielen Ich weiß gar nicht warum Leute immer so Jets, du bist dumm Ja, du bist dumm Okay Because You are IFK Like crazy And We... We didn't need your help And that's not fair Ich weiß genau wo ihr seid Ich weiß genau wo ihr seid lasse Ich verset Ich verset Mit den Trennens Ich bin die Brust hinein Je größer Sie sind, desto mehr Kraft, wenn Sie fallen Sie hatten ihren Spaß Oh Leute Jit Dann passt mal auf wie der Boss so was macht Schade Letzter lebender Spieler What the fuck Will Wie hier so ein bisschen der Valorant Aufräumer Schon mal Braucht wir irgendwas Braucht wir irgendwas Vorsichtig Ah Spike platziert Der liegt mal wieder zäh Ich hab wahrscheinlich keinen gesehen Wenn der von hinten kommt Kann ich ja nichts dafür Okay. Ich habe einen Grund, warum ich den gereportet habe. Ich weiß genau, wo ihr seid. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ja, alles klar. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Ich weiß gar nicht, warum man sich sowas überhaupt noch geben kann. Ich habe einen Grund, warum ich den geredet habe. Was ist das? Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten! Oh Ja, Sage, snive ihn, wie ein Bro. Boah. Kann man denn so nervig sein? Noch 30 Sekunden. Pick another weapon. Please shut up. I try to hear him. Wir werden uns zurück ans Licht kämpfen. Wenn alle quatschen, dann kann ich auch gar nichts machen, ganz ehrlich. Kommunikation ist ja schön und gut, aber die ganze Zeit rumquatschen... ...ist weniger sinnvoll. Ach, halt die Maul. Gegner entdeckt. Gegner getötet. Gegner entdeckt. Ich sehe den Spike. Manchmal wünscht man sich, die würden einfach russisch reden. Dann würde ich einfach nichts verstehen. Ein Gegner übrig. Letzter lebender Spieler. Nicht wieder aufstehen. Ha, what? Oh, you are bot? Ha. Odin. Er war da, aber der ist weg. Reload, bruh. Thank you. Spike platziert. Wow. On A. A. You have your ultimate. Die soll jetzt wie weit helfen? Shit. Fuckin' psych. I knew that. Yeah. Letzte Runde vor dem Wechsel. Irgendwie bin ich ja froh, wenn das vorbei ist. Gebt alles aus. Geh einfach mal hier lang. Wir kriegen das hin. Irgendwas? Nee. Oh, komm schon, Lars. Vorsichtig. Ich hab die ganz schön aufgehalten. Soll mir mal Einnahmen sagen, ne, ne, das war nix. Hallo. Du kannst doch eh nicht in den eigenen Spieler schießen. Wenn das C wird, das war eigentlich schon die ganze Zeit klar. Ich weiß nicht, was daran gut war, die ganze Zeit hier rein zu fallen. Seitenwechsel. Es nervt, dich alle zweimal zu töten. Give me the spike. Give me. Ja, ja. Agent, give me the spike. Thank you. Let's go see. To be good. Oh, man. Verlass dich auf mich, Alter. Don't speak, don't speak. Gegner gesichtet. Oh. Oh. Gegner gesichtet. Gegner entdeckt. Erlebt. Komm, Ziel eine. Sage, heal me. Heal me. Kopfschuss. Du siehst doch schon, dass Sage am Ende, dass das Ende ist, oder? Ein Gegner übrig. Hear me, hear me, hear me. I am on. I told you not to hear me. You are so dumb. You are so dumb. I, I fucking kill the whole team, man. So fucking, take you safe, man. Ich will nur weiter. Euer Typ ist irgendwie, äh, weg. You must go to, lo, back to the life. Weiter so. Aber ein Fehler und sie haben eine Chance. Ich weiß nicht, warum das, die ganze Zeit... Kann ich halt das Wipe? Ah, okay. Dann, 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 dann. Danke. Eine Musik. Ah, Gegner gesichtet. Überraschung. leben der spieler mittlerweile weiß ich auch nicht mehr was dazu nur sagen soll es gibt gründe ja werft selber zurück ganz ehrlich weißt doch selber nicht wohin ja ja so ein gegner übrig war jetzt auch so schwer oder ich sag dazu nichts ganz ehrlich mann 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 wenn mich die ganze zeit mehr dann kriegt man natürlich auch aggressionen ja getötet ich habe den spike Ich weiß genau, wo ihr seid. Toxine treten aus. Toxinschirm inaktiv. Noch 10 Sekunden. Ich habe den Spike. Ja, eigentlich war es klar, dass er da ist. Aber anders hätte er das halt auch nicht machen können. Ja. Manchmal weiß ich auch nicht, warum Phoenix so Quatsch labert, aber okay. Die Gegner ist zurecht. ich weiß was du meinst ich hab's extra gemacht um mir zu ärgern ich mach jetzt nochmal folgendes ich hab gar nichts mehr ich hab einen verarschen gerade net Nett Ich bin froh, wenn das vorbei ist Ich schreib dazu auch nichts Danke OGG Verteidiger gewinnen Da tiltet man ja richtig rein, wenn man sowas die ganze Zeit sich antut 100 Punkte gibt es bloß Das bleiben 28.000 Dann haben wir hier schon wieder neue Aufgaben Setze deine Ult ein 5x Verziere oder entschärfe Spikes Besser 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 Besser